Hallo, hier sind wir wieder zurück bei 4 und zwar um 1 Uhr nachts ja, das Zimmer hier sieht einladend aus wie immer und ja, da hab ich mir jetzt mal spontan überlegt ich nehm jetzt mal noch ein Part auf hier nachdem ich jetzt hier so etliche Parts von COD aufgenommen hab wollte ich jetzt mal wieder 4 weiter zocken so, aber natürlich gleich zockt man 4 an anderen Shooter als COD, dann ist gleich die Steuerung von COD im Kopf wie immer, hab ich schon beim anderen Part gesagt, das ist nichts Neues so, wo ging's denn jetzt nochmal hin ich möchte weiterkommen, hier ist ein Bad also nicht so produktiv zum weiterkommen, ah genau, genau, genau genau, wir müssen hier runter eine Batrazia hilft uns, dass wir nicht sterben dann geht's weiter ich mach mir hier kurz ein bisschen so suchen sie den Rammelmeier den Rammelmeier Industriepark jawohl, warum nicht Alice Alice was ach du meine Güte ach du meine Scheiße Pexton, wenn du was mit ihr anstellst ich schwör's dir, gell also, wir haben ihr schon Grund genug dich zu killen aber wenn da noch irgendetwas mit ihr passiert und das hier sieht wirklich sehr einladend aus oh je also ich hab die Befürchtung dass ich mal dieses Spiel öfters nachts zocken muss weil ich kenn zwei Spiele nun auswendig aber nein das ist trotzdem geiler ei huu ha 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 natürlich hier war mal erstmal Alma wieder da Alma hat uns mal wieder begrüßt seit langem ich hab das Gefühl wir haben sie schon seit langem nicht mehr gesehen sie haben mir sehr viel erzählt oh alter 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 wir haben doch gerade eben dahin geguckt man, da war doch nichts ah doch, da waren wir ups alter ich dachte schon, die wäre tot soll das ne Vorahnung sein stirbt Alice Wade jetzt ohne Scheiß ich kenn das Spiel aber ich hab das jetzt eigentlich schon vergessen wieder oh je oje oje da hinten ist diese Schatten gestalt ich ahne schon wer es ist ich weiß es ja nicht genau ui ui oh mein Gott es tut doch immer wieder gutes Spiel noch mal zu zocken oje ja lad doch schneller nach hä wo bin ich was war das hä what the fuck also liebe Leute ihr habt zum ersten mal ähm die bekannten ihr dürftet euch jetzt zum ersten mal mit den Geistern von 4 bekannt machen und zwar gibt es hier auch die Gegner die einfach nur auf einen drauf fliegen zerplatzen und dann sind sie tot und deine Gesundheit ist dann auch ein bisschen weniger ähm ja erst mal eine Runde pissen oder was ist los wieso geht es nicht weiter wohin gehen müssen wir denn laufen ich glaube wir müssen doch dann dahin laufen oder irgendwo hier raus gell hab ich recht ja wir müssen weiter gehen so das nächste Kapitel namens Eintrittspunkt die Situation sieht wie folgt aus der 4 Frontmann hat die Replika Streitkräfte die die Helikopter Absturzfälle sichern wollten erfolgreich eliminiert und ist jetzt unterwegs zum stillgelegten Rammelmeier Industriepark Leute also ich hab keine Ahnung irgendwie muss ich trotzdem ich weiß es nicht Rammelmeier ich bitte dich Rammelmeier Mann ach egal Alice Wade wurde vermutlich von Paxton Vettel gefangen genommen ihr Zustand ist unbekannt sie reagiert nicht auf Funkkontakte unsere Mission als Priorität sind Alice und Harlan Wade in Sicherheit zu bringen auf jeden Fall das Leben zweier Menschen muss jetzt hier gesichert werden und da sollten wir jetzt mal schleunigst uns auf den Weg machen und diese Person finden hier geht's nicht durch die Tür ist zugerammelt wie der Rammelmeier Industriepark nein Spaß das sollte nicht der Witz gewesen sein wisst gibt's hier was oder was nicht dass ich wisst oder was ist das ich guck nicht zurück ach du meine Güte oh nein Alma die kriegt ne glatze Mensch wenn sie sich also ganz ehrlich was was war denn das jetzt ach du meine Güte da ballern natürlich wieder Leute auf uns ich dachte schon wer ballert auf uns ich dachte gerade eben die Geister wären schon wieder hier oh je das erschreckt Momente trotz des trotz dem dass man das Spiel eigentlich könnt ach du meine Fresse erstmal ne Granate erstmal ne Granate das sag ich bei sehr vielen Spielen schon erstmal ne Granate die ich wahrscheinlich doch nicht zu stark geworfen hab die ist hier das bringt uns leider nicht so viel denn die Gegner sind dahinten scheiße stirbt ich habe noch die andere Maschine weil die sagen andere dann dies Jahr one hit kill zum Glück was war das ich glaube medikit benutzen wer von Vorteil scheiße die Waffe geht uns aus die Nailgun geht uns aus dann brauchen wir auf jeden Fall mal bald wieder neue Munition oder nicht das ist schlecht hier gibt's nix da muss man nicht nachgucken ähm aber Munition sollte man trotzdem aufheben ach dieser scheiß effekte Maschinenpistole ich glaube ich tauschte jetzt endlich mal um mir Kontrollzeiten die Leute hier mehr die Maschinenpistole als die anderen Waffen kaum sage ich es liegt an der Shotgun ist natürlich klar ähm ja wir nehmen die Nailgun weiterhin hä wo muss ich denn bitte hin ach so ach so natürlich natürlich die die kommt da noch weg so okay sieht sehr einladend aus würde ich jede Nacht hinlaufen auf jeden Fall ähm ah da liegt natürlich noch ein medikit und so die Szene kannte ich schon die war nicht so horror jetzt so schön hier abmetzeln bevor die überhaupt was machen können und da ist noch einer dich hab ich nicht übersehen mein Freund keine Angst und dich auch nicht Herr Peter aber das war's auch schon nicht mehr passen da noch nicht mal rein oder außer hier natürlich Stier jetzt hab ich echt was das muss man jetzt mal kurz langsam machen und drauf warten bis die zu mir kommen ich möchte jetzt die hierher locken damit die nicht hm die wollen aber wahrscheinlich selber nicht herkommen dann mach ich folgendes und zwar nehme ich die zwei Waffen auf okay das sieht natürlich jetzt wieder ganz anders aber was jetzt machen wir folgendes ähm gibt's sonst noch was ey komm komm und du auch mein Freund lieber nicht okay 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 das machen wir immer so ein Quick Save mit F5 damit nichts passieren kann mach ich nämlich folgendes vielleicht noch den Störenfried hier entfernen weil der Ball hat mich mit Raketen ab das ist doch nicht fair ja da und gerade sagen ist man wie lädt man noch mal nach wie lädt man noch mal nach und kurz äh schnell Lade Tasten na ich bin ja eh hier ach so der lädt wahrscheinlich bin es ist natürlich ein bisschen okay machen wir folgenden Plan hier erstmal den hier weg so so dann hätten wir erstmal schon mal den hier weg dann nochmal langsam okay doch nicht das Plan das war kein guter Plan jetzt müssen wir mal kurz gucken scheiße 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 ich weiß nicht was hilft denn am besten gegen diesen Lappen am besten okay am besten so also kriegt er da hallo ich begrüße dich gerne mein Freund da wird er schon irgendwo sein so kriegen wir ihn nämlich runter genau so haben wir ihn jetzt geschafft jetzt machen wir gleich F5 ich gehe manchmal zu nah ans Mikro ran ich habe hier so ein Stand Mikro das kann man so verbiegen und so weiss das ist so voll geil nee es ist nicht so gerade von bester Qualität das Mikro aber ich habe jetzt gerade auch nein das möchte ich doch nicht tauschen ich bin behindert es ist nicht jetzt von bester Qualität das Mikro das ich habe man hört es auch wahrscheinlich aber ja es muss jetzt erstmal so hinlaufen hinlaufen herlaufen bla 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 laber 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 scheiße laber kein deutsch nachts bis man noch kurz die können wir jetzt tauschen die nägelgern die findet man eh nirgends mehr da kann man diese Scheiße hier nehmen ah ich habe einen Zogen voll und Granaten jetzt auch kann man ruhig schon mal wieder benutzen die Granate ein halb für mich die Kitzin-Dohanne zu holen und dann no dress spacing aber ich möchte hier durch muss man jetzt hier durch oder was aha 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 und Akrobatik ist hier wieder gefragt ach du meine Güte okay was gucke ich eigentlich so blöd was gucke ich eigentlich so blöd warum macht das Auto so komische Geräusche ich habe irgendwie gerade voll Schiss keine Ahnung warum oh je okay bei dem Spiel war es immer so man hat sich irgendwie gefreut dass manchmal Gegner kommen weil man dann weiß ich weiß noch ganz früher man weiß dann nämlich wenn Gegner kommen dann ist es nicht so gruselig eine putzelt man einfach rein wie so ein Gangstrahl komm her weil ich mach dich sowieso kalt mein Freund mit dem Laserstrahl ich komme manchmal aus Versehen an die Shift-Taste ran weil das ist ja das Reinsum hier in dem Spiel während es in COD das Sprinten ist und da hinten chillen sie schon wieder allesamt und dann machen wir einen nach dem anderen hier auf lautlos so jetzt muss ich mal gucken halt die Fresse halt einfach die Fresse ich hab hier noch die Waffe und die haben auch die reichliche kann ich möchte jetzt nicht so oft meinen Laser hier verschwinden aber solange wir jetzt noch eigentlich genug Munition haben weil die sind ja eh One-Shot-Kill bei den normalen Typis können wir ruhig mal welche verwenden okay ich denke mal so 2-3 Minuten können wir noch aufnehmen bevor ich hier unterbreche und einen Schnitt mache oh je je was ist denn das jetzt für ein Gebiet ich glaube vergessen wir es mal und gehen einfach mal weiter hier gibt es eh nichts interessantes oder mal kurz gibt es hier was interessantes nein ich denke nicht deshalb geht es hier weiter na guter Planer in der Ecke könnte sich immer was lauern oh mein Gott wie soll ich in dem Zustand eigentlich neue Neuro-Spiele spielen zum Beispiel das neue Silent Hills das herauskommen soll davon habe ich natürlich schon gehört das wird geiles Spiel es wird auf jeden Fall schlaflose Nächte ein schlaflos dieses Spiel wird auf jeden Fall ein schlaflose Nächte bereiten oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh mein Gott also irgendwie muss ich zugeben ich habe mich jetzt gerade wie drin gefühlt Scheiße 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 was soll man denn da machen Alter ich glaube einfach einfach jetzt ohne Scheiße wann soll man denn gehen warte mal hier gibt es ja kein Weg abseits oder dann geht man einfach wieder zurück oder würde ich sagen Scheiße ach du meine Fresse also ich gehe einfach nochmal zurück genau weil dann kracht er ja runter oh die armen Leute oh mein Gott naja die werden jetzt das Gras von unten wachsen sehen gegen der Spruch so ich weiß es gerade nicht naja oh je sieht ja vielversprechend aus hier das ist alles irgendwie so eine Art Hafengebiet also es kommt mir irgendwie so vor als wäre wäre es irgendwie so ein Hafengebiet oh je oh je oh je oh je oh je diese diese Zimmer sehen auch immer so geil aus die Atmosphäre einfach von diesem ganzen Spiel ist so ist so oh damals war das so ein geiler Scheiß einfach nur ist immer noch ein geiler Scheiß man ungelogen oh je naja Leute sieht jetzt gerade perfekt aus für den Schnitt für den nächsten Part aber ich glaube das lasse ich mir jetzt nicht hingehen ich gucke das jetzt mal kurz an das sieht mir jetzt sehr vielversprechend aus oh je und ja dann würde ich auf jeden Fall sagen im nächsten Part gehen wir mal hier runter und gucken mal was es hier sich hier verborgen hat ich weiß es wirklich gerade nicht und ja dann macht's gut Leute eine gute Nacht und bis dann ciao